Der Auftrag ist gemacht jetzt. Mal sehen, was der Junge noch in der Pfanne hat. Da müssen natürlich noch Leute kommen, da gehen auch noch welche weg. Also ich werde die Mannschaft erst beurteilen, wenn sie auf den Trainingslager kommen. Aber sonst schönes Wetter hier, bisschen heiß. Aber die Jungs sind alle fleißig. Alles Gute in der Hausfrau. Tschüssi. Tschüss.